Herzlich willkommen zur Opening-Belle. Letzter Handelstag der Woche und wir verlieren keine Zeit, sondern springen gleich mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Joanna Krämer. Dir einen schönen guten Tag und der Dachs im Aufgalopp. 200 Punkte jetzt vom Tief nach oben gelaufen. Sieht nicht danach aus, dass wir noch nachgeben würden. Was hat jetzt eigentlich für den Stimmungsumschwung gesorgt? Wahrscheinlich sogar die wirklich schlechte Wochen-Performance, die wir eigentlich schon die ganze Woche mit uns rumschleifen mussten. Aber den wirklichen Grund gibt es nicht. Ich hatte gestern noch zu Kolleginnen gesagt, naja, ich bin ja mal gespannt, was heute Nacht das TV-Duell zwischen Trump und Biden bringt. Aber ganz ehrlich, das war ja zum Schnarchen gewesen. Also so lahm, wie das ablief, da hat ja wirklich keiner mit gerechnet. War aber so. Und beim Dachs, ja, keine Ahnung, freut man sich jetzt, glaube ich, einfach, dass man noch ein bisschen Boden gut machen kann. Es gab tatsächlich jetzt nicht unbedingt hier den großen Impuls, weder von Konjunkturella noch von Unternehmensseite, der den Dachs angetrieben hat. Und auf Wochen-Performance, so fair muss man sein, sieht man auch, dass der Dachs jetzt nicht den großen Sprung hingelegt hat. Obwohl wir jetzt wirklich schon wieder viel Boden gut gemacht haben, haben wir, glaube ich, sogar noch ein klitzekleines Minus auf Wochenbasis, wenn man sich das Ganze anschaut. Und dementsprechend ist es eine Woche, die wir, glaube ich, einfach mal abhaken dürfen und hoffen, dass nicht in der nächsten Woche noch die Deadlines weiter nach hinten geschoben werden. Egal, ob es um Konjunkturpakete, Brexit-Deals geht und so weiter und so fort. Und dann ist es ja auch nur noch eine Woche, bis es dann zur US-Präsidentschaftswahl dauert. Und dementsprechend sagen jetzt auch die Experten und die Händler, naja, die Börsen, die können sowohl mit Trump als auch mit Biden leben, solange es wirklich eine Entscheidung gibt und das Ganze nicht noch ewig nach hinten rausgezerrt wird. Und dementsprechend könnte dann tatsächlich mit dem November die Klarheit kommen. Genau, und wir wissen ja noch, in den kommenden Tagen stehen jetzt noch weitere wichtige Quartalszahlen an großer Technologiekonzerne. Und wenn es da läuft, dann laufen die Aktien, dann laufen die Märkte und dann können wir uns auf die Wahl tatsächlich freuen. Also, dir schönen Dank für den Überblick, schönes Wochenende wünsche ich dir und wir schauen uns jetzt mal an, was wir denn da noch im Gepäck haben. Also, es geht leicht nach oben. Die Kollegin hat es gerade gesagt, eine Schneidveranstaltung ist es gewesen, ja, weil den beiden Kontrahenten jeweils das Mikro für kurze Zeit abgeschaltet wurde, damit tatsächlich auch mal eine Information und die entsprechenden Antworten geliefert werden konnte, ohne dass immer einer, vor allem Donald Trump, da reinsabbelt. Aber es hat der Sache natürlich auch ein bisschen den Bums genommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, es ist schon eine ernsthafte Geschichte, dieses TV-Duell. Und beide Kandidaten sollten ja wirklich die Möglichkeit haben, dann die Wähler, die späteren Wähler von ihren Ideen und ihrer Strategie zu überzeugen. Naja, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Jetzt schauen wir erst mal, was beim Markt rumkommt. Wir haben erste Charts mit dabei, schauen uns das ganz kurz mal an. Das ist der Euro-Chart von Intel. Da kann ich Ihnen gleich sagen, da kommt nicht mehr viel rum. Ja, also das Datencenter-Geschäft, das ist eigentlich das gewesen, worauf sich so ein bisschen die ganze Hoffnung für die Zukunft, für das zukünftige Wachstum auch konzentriert hat. So, und da läuft es nicht. Und Intel hat selber gesagt, Nachfrageeinbruch seitens der Behörden, seitens der Unternehmen. Da ging es kräftig nach unten, nachdem es ja eigentlich im zweiten Quartal noch gar nicht so schlecht ausgesehen hatte. Aber wie gesagt, hier die ganz große, letztendlich die ganz große negative Überraschung. Und jetzt könnten wir tatsächlich hier dieses Tief nochmal testen. Und dann bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Mit der AMD momentan ist man da sicherlich besser aufgehoben. Gillette Sciences, das ist am Ende, ja, man hatte damit gerechnet. Die FDA hat mittlerweile ein grünes Licht gegeben und hat Remdesivir letztendlich zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten freigegeben. Und damit ist es das erste Medikament, das jetzt offiziell tatsächlich grünes Licht erhalten hat. Und das treibt die Aktie vorbörsig so etwa, ja, jetzt sind es 5% in Euro. Ich habe vorhin 3,5% in Dollar gesehen. Wir werden sehen, wo es dann am Tagesende rauskommt. Und wenn Sie sich fragen, Mensch, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, weiß, was du da erzählst. Ja, jetzt haben die grünes Licht gekriegt und Remdesivir. Aber die Aktie zeigt nach unten. Ja, weshalb tut sie denn das? Weil sich Analysten momentan herzlich uneins darüber sind, was am Ende, wenn man die Forschungskosten sich anschaut, wenn man sich anschaut, wie viele Dosen letztendlich auch, ich will nicht sagen verschenkt, aber gespendet wurden und wie die Preisgestaltung ist, dann fragen sich Analysten und Anleger zurecht, naja, was bleibt denn dann am Ende für Giliad hier übrig? Und solange diese Frage nicht hinreichend geklärt wurde, und das wird sie dann vermutlich in den kommenden Quartalen, solange ist die Aktie da halt eben unter Druck. Mein Kollege Michel Döpke sagt übrigens, da gibt es bessere Unternehmen. Ja, klar, die haben Remdesivir, alles gut, aber da gibt es spannendere Werte. Fastly, ein Unternehmen, das ja letztendlich dafür sorgt, dass das Internet effizient gestaltet wird. Ja, also letztendlich, dass sie, wenn sie ein Unternehmen sind, dann sind sie letztendlich Kunde, unter Umständen Kunde von Fastly und Fastly sorgt dafür, dass ihr Content möglichst schnell durchs Internet befördert wird. Akamai gibt es ja auch, ein großes Unternehmen, und Fastly hat sich da jetzt ebenfalls in diese Marktnische hinein manövriert, will ich nicht sagen, sondern das hat man durchaus bewusst gemacht. Einer der großen Kunden von Fastly ist TikTok. So, und das Ganze zeigt sich jetzt, dieses ganze Geschehen mit TikTok zeigt sich jetzt auch, oder spiegelt sich jetzt mittlerweile durchaus im Chart wieder. Wir haben natürlich durchaus diesen Anstieg gesehen, weil halt einfach der Internet-Traffic zugenommen hatte über die Pandemie hinweg und dann natürlich auch damit die Dienste von Fastly letztendlich stärker nachgefragt wurden. Dann hier diese Plateau-Bildung, die wir gesehen haben, und dann gab es hier nochmal diesen Absturz mit dem Problem, TikTok könnte in den USA verboten werden. Weshalb? TikTok ist der Großkunde bei Fastly. Ein Großteil der Umsätze werden eben mit diesem Unternehmen erzielt. Und deshalb ging es dann auch relativ rasant nach unten. Dann kamen operative Ergebnisse dazu, die eben nicht ganz so gut ausgefallen sind. Und jetzt kamen auch vor allen Dingen noch Analysten-Schätzungen, Analysten-Meinungen, die gesagt haben, das Unternehmen wird zukünftig weniger Umsatz mit TikTok machen. Und wenn das genau der Grund war, weshalb die Aktie zuvor stark gestiegen war, dann ist nachvollziehbar, dass wir jetzt eben uns in die andere Richtung bewegen. Hier momentan wichtige Unterstützungslinie. Also gehen wir noch, sagen wir mal, ich würde sagen 77, 76 Dollar. Dann können Sie da tatsächlich ein Ei drüber hauen. Denn dann werden wir nach unten, nachhaltig nach unten oder signifikant nach unten aus dieser Seitwärtsbewegung ausgebrochen. Und dann könnte es mittelfristig zumindest erstmal weiter nach unten auch gehen. Baidu, die haben wir vor allen Dingen deshalb mit dabei. Lange eine Schnarchveranstaltung. Wenn Sie sehen, wie sich andere chinesische Unternehmen entwickelt haben. Dann diese lange Seitwärtsbewegung auch hier, die wir gesehen hatten. Aber jetzt tatsächlich der Ausbruch. Ohne großartige Neuigkeiten. Da ist nicht so allzu viel passiert. Die Geschichte Baidu ist natürlich relativ schnell erklärt. Größter Suchmaschinenbetreiber in China. Stark aufgestellt bei künstlicher Intelligenz. Autonomes Fahren. Das sind momentan die wichtigen Treiber, die zukünftig dann auch das Wachstum sichern sollen. Natürlich für Baidu. Aber das ist keine ganz neue Story. Und jetzt haben sich trotzdem genügend Anleger gefunden, die gesagt haben, eine Aktie eigentlich solide. Haben die letzten Quartalszahlen gezeigt, dass es wieder mit dem Wachstum auch wieder besser funktioniert. Und noch nicht so gut gelaufen, wie beispielsweise eine Alibaba, Tencent oder JD.com. Und deshalb setzt man da vielleicht auf den Nachzügler-Effekt. Also wie gesagt, jetzt hier charttechnisch sehr interessant nach dem Ausbruch. Peloton, da gab es jetzt zuletzt ganz einfach eine Abstufung. Deshalb die Aktie etwas schwächer unterwegs. Goldman Sachs sagt, nein, wir müssen ein wenig an unserem Kursziel zurücknehmen. Von 140 auf 138 haben sie hier tatsächlich ihr Kursziel gesenkt. Und das Ganze mit der Begründung von Lieferschwierigkeiten. Also das ist aber natürlich, das sind erste Welt Probleme, Lieferschwierigkeiten, wenn die Auftragsbücher voll sind. Natürlich wird man jetzt beim Unternehmen schauen, dass man das so schnell wie möglich auf die Reihe kriegt. Und dann dürfte dieser Rückgang auch irgendwann wieder, also diese Delle dann letztendlich auch wieder ausgebeult werden. Wobei, was heißt Sendelle, ja, schauen Sie sich das an. Von da sind wir gekommen. Hier noch einmal eine Beschleunigung. Das heißt, es wäre vielleicht am Ende ohnehin so weit gekommen, dass irgendwann die Anleger sagen, naja, was soll denn jetzt passieren? Soll sich noch stärker nach oben beschleunigen, noch stärker hochlaufen? Also hier eine kleinere Korrektur. Und das dürfte mittelfristig überhaupt gar kein Problem sein. Bei Nautilus, das ist eine spannende Geschichte. Das ist eine spannende Geschichte. Nautilus, die machen Geräte für Pumper. Also ich gehe auch häufiger mal ins Studio für Altherren. Ja, da wird Altherrengymnastik so ein bisschen gemacht an den Geräten. Und die stellen eben solche Geräte her. Man kann sie allerdings sich auch nach Hause schicken lassen. Also einzelne Gewichte und, keine Ahnung, so Türme, die sich dann in den Keller stellen. Hatte ich auch mal früher, habe ich dann wieder abgeschafft, weil es viel zu viel Platz verbraucht hat. Die sich dann in den Keller stellen können, Rudergeräte etc. pp. Das ganze Programm halt eben. Und Nautilus hat davon profitiert, von diesem Trend. Ich will nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, weil ich mich nicht anstecken will. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ja, dann waren die ja auch lange Zeit einfach zu. Erinnern Sie sich bitte an Deutschland. Ja, da waren keine Ahnung, wie viele Wochen waren hier die Fitnessstudios geschlossen. Und immer die Gefahr natürlich, mit dem nächsten Lockdown passiert das auch wieder. Und dann haben die Leute halt einfach bei Nautilus eingekauft. Und das hat die Auftragbücher voll gemacht. Hat für ordentlich Schwung in der Bilanz gesorgt. Und das sieht man momentan jetzt ganz einfach auch am Kurs verlaufen. Bei Netflix, ja, da ist der Schwung ein bisschen raus nach den letzten Quartalzahlen. Es ist halt immer so. Langfristig bin ich skeptisch, weil ich sage, die haben Riesenschulden. Ja, Riesenschuldenberg. Die werden natürlich irgendwann immer tiefer in die Tasche greifen müssen, um in diesem Rennen, um den besten Content auch irgendwie die Nase vorne zu behalten. Weil sie halt ein Premiumprodukt haben. Die sind teuer. Auf der anderen Seite fand ich die Quartalszahlen gar nicht so schlecht. Ja, es waren 2,2 Millionen Neuabonnenten, statt der erwarteten 2,5. Ja, so what? Dafür hatten sie in den Quartalen vorher, haben sie Neukunden herangeschaufelt, als gäbe es keinen Morgen. Also so ein bisschen die Reaktion des Marktes. Es ist aber auch nicht viel passiert. Wir bewegen uns einfach nur weiter in dieser Spanne, die sich seitwärts hier entwickelt, zwischen, was werden es sein, 440 Dollar und auf der Oberseite sind wir bei 555 Dollar. Und solange wir nicht über eine dieser beiden Punkte drüber springen, ist meiner Meinung nach das eine No-Story. Man kann es natürlich immer probieren. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, laufen wir nach oben, gehe ich short, also auf die Gegenseite und wette darauf, dass sie wieder nicht durchkommen. Und nehme dann meine, keine Ahnung, was werden das sein, 60, 70 Dollar versuche ich auf der Rückseite mitzunehmen. Bin ich unten, das gleiche Spiel wieder in die Gegenrichtung. Kann funktionieren, kann auch noch eine Weile weitergehen. Also solange wir nicht durch diese beiden Marken durchgehen, ist das einfach weiter in der Seitwärtsbewegung. Und da kann man ganz locker auch die nächsten Quartalszahlen abwarten. Und ich warte jetzt ganz locker auf meinen Feierabend, damit ich schön ins Wochenende gehen kann. Apropos Wochenende, ich wünsche Ihnen ein tolles und hoffe, dass wir trotzdem noch irgendwie ein bisschen gutes Wetter bekommen. Und ansonsten sehen wir uns am Montag, dann mit dem Märkten am Morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Titzung. Untertitelung des ZDF, 2020